Sonst fühlen Sie sich schon wohl bei uns. Die Ruhe ist nicht schlecht. Man hat viel Ruhe. Man hat viel Freizeit. Man kann nichts anfangen mit der Freizeit. Man darf sich nicht beschweren. Wenn du keine Freizeit hast, dann beschwerst du dich. Man hat einen geregelten Tagesablauf. Aber das ist halt nicht mit Perwoll gewaschen. Der kratzt ganz schön, die Wäsche, die es da hergeben. Das ist nicht so wie eine Lusche. Wenn Sie den ganzen Tag in dem drinnen ... Ja, aber das ist schon leicht. Ich wäre froh, wenn das so was anhält. Das ist das. Das ist Wolle. Ja, aber das ist kratzt auch. Dann nehmen Sie es heute mal. Warten Sie mal. Sie müssen mal das anziehen. Warten Sie mal. Jetzt kriegen Sie doch mal die Hosen. Dass Sie ein Jeans unter der Hosen haben. Wenn ich rauskomme, bin ich schon angezogen. Warten Sie, ich mach Sie nach hinten zu. Da kommen Sie ja nicht ran. Ja. So unangenehm ist das gar nicht. Ein wenig zusammengeschwasselt. Wie finden Sie? Ja. Weil sie jetzt raus ist. Da ist ja die Zugluft. Ja. Da drinnen. Da ist es so warm. Wir gehen jetzt mal mit dem Ding da rein. Da drinnen? Da ist das ganz anders. Meine Hosen rutschen. Ja. Schaut. Und wie warm ist denn? Hä? Wie warm ist denn? Meinen Sie schon? Das zieht der. Jetzt ist besser. Jetzt zieht es nicht mehr. Jetzt ist besser. Jetzt ist besser. Na ja, schauen Sie jetzt. Schauen Sie jetzt. Bleiben Sie mal da. Aus derer Sicht habe ich das noch nie gesehen. Das glaube ich. Das ist fein und schlecht. Wenn Sie es aber länger sehen. So aus derer Sicht. Wieso? Ja, wieso? Ich geh jetzt in den Außendienst zu der Rothaarichen. Ja, aber Sie, ich muss doch wieder raus. Bitte? Ich muss doch raus da. Moment einmal. Moment einmal. Warum müssen Sie da raus? Ich muss da die Sendung weitermachen. Die Sendung weitermachen? Sie brauchen die Sendung nicht weitermachen. Weil die Sendung ist jetzt am Ende. Sie kommen erst vorher raus, wenn die nächste Sendung drehen wird. Nein! Atti, bleib schi!